So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evoland zur wahrscheinlich letzten Folge von dem wunderschönen Spiel. Das ist wirklich genial, also... Ähm... Die Publisher sind einfach genial, die sind Final Fantasy Fans, Dragon Ball Z Fans, Zelda Fans und... Alter, das ist Hammer. Nein, nicht davor noch mal ein Kampf! Mann, oh Mann! Los, Bahamut, mach sie alle! Bam! So, jetzt. Zephyros! Komm hervor! Zeige dich! Ich habe euch erwartet! Gut. Ach, die Schande. Endlich seid ihr hier. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Vor langer Zeit herrschten die Meilen über dieses Land. Doch man machte Jagd auf sie, um ihre Hörner zu rauben. Nur ich habe überlebt. Und heute werde ich Rache üben. Euch wird dasselbe Schicksal wie das Mädchen ereilen. Der Mannerbaum soll ergraben werden. Boah, die Musik ist geil! Die Musik ist ewig! Boah, komm her! Boah! Boah, nein! Nein, verdammt! Ich habe nicht getroffen. Boah! 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 Ein Armstück kaputt! Boah, den anderen! Boah! Nein! Immer nach links laufen! Ah! Ah! Schnell! Jawohl! Ah! Hilfe! Ah, bedammt! Ja, toll! Da, die Kugel! Ah! Ah! Ey! Ah! Schnell! Nein, verdammt! Ich fahr zu langsam! Geh weg! Nein! Mann! Jetzt! Nach links! Oh Gott, was jetzt? Ah! Hilfe! Hilfe! Wow, wow, wow! Sehr höchstpersönlich! Ah! Ihr möget meine steine Rüstung zerbrochen haben! Doch in dieser Gestalt könnt ihr mir nichts anhaben! Ich werde euch mit Haut und Haar verbrennen! Oh Gott! Ah! Autsch! Autsch! Einfach rennen! Ah! Autsch! Ich kann euch nicht mein! Ich kann euch nicht mal heilen! Nein, es war falsche Richtung! Bam! Renne! Cloud! Nein! Bitte, falsche Richtung! Oh, voll daneben Vielleicht wären wir in einer anderen Welt Freunde gewesen Der Boss kam vor kurz Hui Yeah, Held, ihr habt Zephyros besiegt Supi, Eboland Shiro Games 3D Grafik Intien Marokowski Jeremy Kuro 2D Grafik Jeremy Kuro Und so weiter und so fort Ja, also das Spiel ist wirklich hammermäßig geil Ohne Witz jetzt mal Was sich Shiro Games da ausgedacht hat Genial, kauft euch das Kauft euch das Spiel bei Steam Und kauft euch Eboland 2 dazu Mal schauen, ob ich Eboland 2 nur spiele Ich guck erst mal so, wie das Spiel ist Eboland 2 Und ja, im Spiel Monster schlechter Cloud Yeah, Heilerin, Kairis Ja, das war ein relativ kurzes LP Aber wieder mal ein neues auf meinem Kanal Ist gerade totale Dämpse Spielen ihr? Und ja Dann sehen wir uns Ja, übrigens war das Das ist jetzt das erste LP Frei nach hier Legend of Zelda Final Fantasy Dragon Quest Diablo Und vielen mehr Ähm, danke fürs Spiel Ja, wir sehen uns in den nächsten LPs Mit Kamera Oh, 87% Das Spiel ist abgeschlossen Komma 7 Und Wir sehen uns bei den nächsten LPs wieder Diesmal mit Kamera Öfters wahrscheinlich Und ja Das war erstmal das erste Spiel Mit Kamera Ich hoffe, es hat euch gefallen Auch wenn es ein bisschen kurz war So Kommt das raus? Ne, bloß das Menü Okay Also dann Leute Dann Sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder Ich sage Tschüss und haut rein